Aktuell und in den kommenden Tagen wird sich über Spanien eine neue Hitze sammeln und die macht sich dann auf in Richtung Norden, kommt dann vermutlich abgeschwächt zu uns nach Deutschland ran. Das würde also bald bedeuten, dass wir wieder rausgehen können, kurze Sachen tragen und wir so ein bisschen in das Sommerfeeling zurückgeführt werden. Denn zuvor erleiden wir ja nochmal einen herben Rückschlag, denn aus Nordwesten erreichen uns wieder deutlich kältere Luftmassen. Und das geht am Montag schon los. Mit diesem Tiefdruckgebiet hier über Südskandinavien wird dann von Nordwesten diese deutlich kühlere Luft nach Deutschland verfrachtet. Aber dann tut sich wieder was. Die Kaltluft samt den Tiefs zieht in Richtung Norden sich zurück und dann wölbt sich mit der Hitze über Südeuropa ein Hoch auf. Und das wird sich wahrscheinlich auch über uns stülpen. Und dann wird es angenehm warm mit Werten von etwas über 20 Grad. Allerdings wird es wahrscheinlich auch wechselhaft weitergehen. Schauen wir gleich drauf. Erst einmal der Montag, da wird es auch ziemlich wechselhaft. Also bitte nicht Regenschirm und Regenjacke vergessen. Wir kriegen dann auch zum Teil einige Gewitter. Trockene Phasen sind eher selten. Die Temperaturen steigen im Osten nochmal auf 18 Grad, sonst eher Werte von unter 15 Grad. Es geht aber noch weiter runter mit Dienstag oder mit dem Dienstag, wenn dann noch im Osten, aber auch im Süden die Regenfälle hängen bleiben. Da sind dann auch noch ein paar Schauer weiter im Norden dabei. Und das dämpft das Temperaturniveau auf 8 bis maximal 12 Grad. 7 Grad sind es beispielsweise in Oberfranken. Dann geht es wieder so ein bisschen bergauf mit den Temperaturen am Mittwoch mit 14 Grad im Südwesten. Dann kommt schon ein bisschen häufiger die Sonne zum Vorschein. Und dann wird es dann von Süden wieder deutlich wärmer in Richtung nächstes Wochenende. Allerdings ist es noch unsicher, ob das eher trocken oder mit weiteren Schauern und Gewittern weitergeht. Und dann wird es dann von Süden wieder auf 10 Grad. Und dann wird es dann von Süden wieder auf 10 Grad. Und dann wird es dann 큰 Fang. 1 1 3 2 2 Vielen Dank.